Ah, das Ehrverlust. Guten Abend. Alles, meine Aufmerksamkeit für Ihre Gattin. Vielen Dank, ja. Bitte kommen Sie nicht zu früh. Nicht direkt, meine Gattin braucht noch einige Minuten für Ihre Toilette. Ich bin ganz fertig, liebe Sie. Meine Damen und Herren, hinter dieser Tür muss jeden Moment die Sitzung des Sicherheitsrates zu Ende gehen. Es wird hier heute entschieden, wie es mit der inneren Sicherheit unseres Landes weitergehen soll. Ja, ich glaube, da kommt auch schon der Präsident. Herr Präsident, eine Frage, wenn Sie vielleicht ganz kurz erläutern könnten, wie das Ergebnis aussieht. Tja, zicke zacke Hühnerkacke. Ah ja.